Hi zusammen, wir sind die lustigen Freunde von der Blütenwiese und wir sind heute auf der Welt. Die BUK ist ein Label, eine Community für elektronische Tanzmusik, die hier vor sieben Jahren ungefähr, ja vor sieben Jahren, geschaffen wurde und vielen Menschen Spaß bringt. Elektronische Musik ist die Beste einfach zum Tanzen, zum Feiern, zum Spaß haben. Es ist einfach das Energischste, mit dem kann man am meisten erreichen. Elektronische Musik, der Bass, das ist ein schönes Lebensgefühl. Letztendlich geht es darum, miteinander eine schöne Zeit zu verbringen. Kein Stress, kein Ärger, keine Oberflächlichkeit, einfach jeder kann sein, wie er ist. Jeder kann einfach das ausleben, was er möchte. Also ich liebe Techno. Wenn du guten Techno hast, verlierst du dich einfach drin. Egal ob man nüchtern ist oder was auch immer. Man, die Musik fesselt einen einfach, finde ich. Und das hat man bei keinem anderen Musikrichter. Bringt dein Herz zum Vibrieren und es gibt nichts schönerer in Musik, als auf elektronische Musik zu tanzen, auf jeden Fall. Es verbindet. Wirklich.